In meinem Forst wildert niemand ungestraft, niemand, und sei es selbst das Buschgespitz. Wenn ich schon Ihr Gast sein darf, dann möchten Sie jetzt natürlich gern wissen, warum ich hier bin. Ich suche meine Frau. Streit? Nein. Mord. Du hast Angst. Angst macht geschwätzig. Nein, die Süßen! Ich sage nichts, kein Wort. Vor dem Buschgespenst haben die Pasha mehr Angst als um ihr Leben. Nimm mal dieses Buschgespenst. Sie hätten ihn längst fangen können. Und Sie nennen ihn das Buschgespenst? Er wird mich umbringen. Er bringt uns alle um. Nein, das will ich. Bleibt Sie stehen! Dann nehme ich Sie in mein Haus und beherberge einen flohnen Zuchthäusler. Das Gericht hat einer Lüge geglaubt. Seidelmann. Haben wir dich endlich, Bursche. Ich bin verhaftet. Ich soll ein Pascher sein sogar. Das Buschgespenst selber. Der Mann. Den Sie als Buschgespenst verhaftet haben, ist der Falsche. Hände hoch! Und jetzt wollen wir mal sehen, wer sich hinter dem Buschgespenst verbirgt. Maske runter! Das ist ein Paschgespenst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020